So, verbessertes Ausruhen ist am Start, das ist schon mal sehr, sehr gut. Jetzt ziehe ich mir mal eben irgendetwas Leichtes zu essen rein, wie zum Beispiel... Nicht das, weil dann bin ich nämlich verdurstet. Erstmal was trinken, dann kann ich mir... Dann verliere ich auch ein bisschen Wasser. Weil es zieht ja enorm Wasser hier. Und das ist gar nicht so gut, wenn du Hunger hast, das zu essen. Dann geht hier nämlich das Wasser aus. So, und dann kann ich das nochmal auffüllen. Dann koche ich nochmal irgendwas Schönes. Warum mache ich das eigentlich hier? Warum nehme ich nicht den Ofen dafür? So, einen schönen Kaffee, genau. Die Dose lasse ich... Ne, pass mal auf, nimm mal die Dose einfach mit, die kann ich gleich wegschmeißen. Und mach mal eine... Ja, die Tomatensuppe, die Tomatensuppe, die fühle ich jetzt. Nochmal kurz weg, mein Kater dreht die Wohnung auf links. Oh, oh. Ja, dann mal kurz Maß regeln, ne? Mal kurz sagen, bis hierhin und nicht weiter. Sauber. Was brauchst du? Drei Minuten bis zum Garpunkt. So, supi. Das schaut doch schon mal viel, viel besser aus. Was ist das denn? Schimmlige Kondensmilch. Was will ich denn damit? Frische Kondensmilch. Ja, das fühle ich. Ähm, das lege ich nochmal ab. Das lege ich auch ab. Das lege ich auch. Das auch. Kriege ich sofort wieder in den Lebensmittelvergift. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Das lege ich auch ab. Hier die Dose. So. 43 immer noch. Also, schwierig, schwierig, schwierig. Na gut, ich habe jetzt eine Bügelsege noch mit. Dann das Kletterseil. Den Dosenöffner. Das Gewehr. Das wiegt... Na, der Hammer natürlich. Das ist hammerhart. Die bräuchte ich eigentlich nicht. Der wiegt nichts. Das Altholz bräuchte ich gleich. Äh, das kriege ich aber auch schnell wieder, ne? Also, wenn ich drin irgendwo bin, bin ich immer noch bei 42. Okay, aber ich werde jetzt mal losstarten. Auf geht's. In die Kälte. Auf zur Schmiede. Temperatur steigt. Irgendwo war hier ein mieser, fieser Wolf. Ja, fast. Supi. Was gibt's denn hier eigentlich für eine Aussicht? Da liegt auf jeden Fall Material, als würde ich da hin können. Hallo? Da ist noch ein Schuppen. Tolle Sachen drin. Oh, Autos. Ja, gehe ich auch nochmal gleich gucken. Aha. Aha. Da komme ich dann einfach schneller wieder zurück? Oder wo komme ich da hin? Zack, zack, zack. Vorrat. Okay, 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 okay. Einmal aber nochmal in die Autos schauen. Da wird nie was Gutes drin sein, aber trotzdem. Trotzdem. Shit, ich habe kein Brecheisen mit. Wo habe ich denn mein Brecheisen gelassen? Okay. Okay, so wichtig sind die Autos auch nicht. So wichtig sind sie nicht. Was? Was? Was zu überladen? Nö. Oh, nö. Ja gut, dann muss ich das Altholz halt wegschmeißen. Aber selbst das wird noch nicht mal reichen, ne? Die Kohle, die Kohle, die Kohle würde ich gerne mitnehmen. Hier. Die können auch weg. Kriege ich nachher auch noch eine Lebensmittelvergiftung. Habe ich gar keinen Bock drauf. Die Schuhe sind schon angeschlagen. Meine Mütze auch, sehe ich gerade. Ah, ich repariere die jetzt nicht hier. Das wäre tödlich. Wo ist es denn? Ich suche das Altholz. Ich finde es nicht. Ich finde es nicht. Ich finde es nicht. Hä, habe ich das Altholz keine mehr? Hey, ich bin nicht mehr überladen. Alles gut. Erschöpfung verringert, super. Aber baut sich richtig krass jetzt gerade ab. Achso, ja, weil es jetzt abgelaufen ist, genau. Deswegen. Küss den Schnee. Einfach geradeaus. Kriegen wir hin. Temperatur steigt. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Was ist denn da für ein komischer Fels? Ach, hier bin ich erst. Nee, nee. Muss noch weiter. Die Entfernung schätze ich irgendwie komplett falsch hier in dem Spiel ein. Aber komplett falsch. Oh, gesundheitstechnisch bin ich sogar richtig gut auf dem Weg. Das Gewehr klemmen, zu freiemachen, nachladen. Was? Den hätte ich jetzt gehabt. Diesmal hätte ich ihn gehabt. Hat jeder gesehen? Na, vielleicht ignoriere ich ihn einfach. Muss ich da lang? Ja. Da hoch. Wird er einfach ignoriert. So. Schnell durch. Oh, nee. Huch. Oh, nee, ey. Jawollo. Weg mit dir. Oh, jetzt zieht aber auch ein Wind auf. Oh, 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 oh. Also die Entfernung schätze ich komplett falsch hier ein. Wo willst du mich jetzt hin haben? Erstmal zu der Truhe, wäre geil. Die müsste sich hier befinden. Wahrscheinlich da hoch. Oh, Mann. Da müsste die Kiste auf dem Berg sein, ne? Ich kann nicht ran, so, ne? Könnte auf dem Berg sein oder die liegt hier irgendwo herum. Aber die wird wahrscheinlich oben drauf liegen. So wichtig ist die Kiste auch gar nicht. Lass mich hier rein. Oh, wunderbar. Jetzt bin ich echt mal gespannt, wie das mal mit der Schmiede am besten funktioniert. Oder er macht es vielleicht automatisch. Das kann ja auch sein. Der arme Kerl, ey, der ist so fix und fertig. Oh, ich bin da. So. All right. Ja. Ja. Perfekt. Perfekt einfach nur. Was kriege ich aus dem Karton raus? Ein Zünderbündel nur. Äh, Zünderbündel. Eine Stunde und acht Minuten, sechs Altholz. Okay. Rein da. Oh, das ging ganz gut. Ja, ja. Warte, 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 warte. Mach schon mal ein bisschen an. Ah, er macht es automatisch. Wunderbar. So, 170. Und jetzt, was möchtest du jetzt von mir? Schmiede. Und dann? Speerspitze. Jetzt brauche ich zwei Metallschrott. Leck mich doch. Das ist nicht dein Ernst jetzt. Die habe ich weggeschmissen. Irgendwas, was ich hier mal eben zerlegen kann. Sehr, sehr dunkel hier. Da ist die Magnesiumfackel. Boah, das dauert doch zu lange, das zu zerlegen, ne? Das dauert drei Stunden. Irgendetwas Kleineres bräuchte ich zum Zerlegen. Warte mal, was ist denn, wenn ich hier... Nimm die mal mit, ja? Kriege ich leider nur einen raus. Dauert aber eine Stunde nur. Ich hoffe, das bleibt so lange an. Ich habe keine Ahnung. Das ist nur eine Kiste. Alt Metall. Habe ich nicht noch hier irgendwo was liegen gehabt? I don't know. Ich weiß es nicht. Die Rohre, die Rohre. Kann ich die Rohre nicht zerlegen? Nein. Perfekt. Ist ja dunkel hier. Einfach vielleicht auch mal so ein Metallregal zerlegen für eine Stunde. Guck mal. Viel besser als das, was ich gemacht habe. So, wunderbar. Metallschrott ist am Start. So. Und jetzt gebe ihm. Erstellen. Ach, das ist ein reiner Speer. Der Gute. Improvisiertes Messer. Ein improvisiertes Beil. Was brauche ich für das improvisierte Beil? Metallschrott. Drei von fünf. Warum nur improvisiert? Kannst du nichts Gutes so mäßiges herstellen? Kehre zurück zu Jeremy. Machen wir gleich. Sofort. Lass mich eben einmal was essen und nochmal die Schmiede verwenden. Bevor ich das mache, schmeiße ich glaube ich nochmal was rein. Damit ich auch einfach leer bin. Jetzt habe ich wieder Kohle am Start. Komisch. Gerade ging es nicht. Ach, ich kann mit Kohle nicht anheizen. Ach, die Dauer ist unendlich. Ja, aber trotzdem. Ich brauche das Altholz gerade nicht. Und dann trinke ich mal eben etwas. Und esse mal was. Habe ich überhaupt noch was zu essen? Also was Gutes. Was bist du? Salzcracker, die machen du es. Egal. Was bist du? Kondensmilch. 750? Reiner mit. Hält ewig. Außer die eine, die war schon schimmlig. Komisch. Größte Lüge, ne? Ja, so reicht. Reicht, 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 reicht. Dann kann ich nämlich nochmal so einen Spind zerstören hier. Oder auch nicht. Perfekt. Stuhl. Tisch. Altholz. Schade. Aktenschrank. Mülleimer. Auch nicht. Stuhl. Ja klar. Sechs Stück, zwei Stunden dauert das. Äh, Risiko. Der ist Stockfinster jetzt hier. Ja, ja, warte, 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 warte. Ich möchte mir nur das Beil mal eben machen und das Messer. Obwohl, das Messer brauche ich nicht. Da habe ich ja noch eins, ne? Äh, da, 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 da. Es sei denn, das andere ist besser. Messer. Aber da steht auch nichts davon, dass das irgendwie besser oder schlechter oder sonstiges ist. Also ich glaube, das spielt... Ach, leck mich doch. Jetzt ist die Schmiedetemperatur runtergegangen. Warum? Falls das Ding aus ist. Oh no. Oh no. Hält dich dann mal nicht das Altmetall? Das stand gerade unendlich. Oh, ist das ärgerlich. Ist das ärgerlich. Das gibt es ja nicht. Okay. Neuer Versuch. Next try. Jawoll. Ich brauche ein bisschen Platz. Und dann, äh, mach mal hier irgendwie das Schweinefleisch. Komm. Ich habe doch einen Dosenöffner. Wofür ist der denn gut? Dauert ja trotzdem noch Arschlange. 32 Grad. Und es wird noch heißer. So, supi. 92 nur. Sechs Stunden. Dann mache ich in der Zeit vielleicht noch mal ein bisschen Wasser oder so. Dann lass die Dose da stehen. Ist doch egal. Ich brauche kein Wasser. Ich habe noch zwei Liter am Start. Plus noch Traubensaft. Den guten. Aber. Ah, dafür brauche ich Leder. Okay. Schade. Aber hierfür nicht. Was ist los? Hat nicht geklappt, doch. Super. Und dann nochmal die Mütze. So, sauber. Dann sieht das schon mal wieder gut aus. Ich bin natürlich jetzt immer noch ein bisschen überfüllt. Weil mir irgendetwas fehlt. Irgendein Bonus fehlt mir jetzt gerade. Aber warte mal. Jetzt habe ich den Sperr, ne? Den Sperr kann ich aber aktuell, wenn ich das richtig sehe, auch immer noch nicht einsetzen. Sei denn, gleich geht draußen irgendetwas ab. Das kann natürlich auch sein. Okay. Vorratsverstecke im Rezesee und so. Schüsse am See. Du hast eine Notiz. Begib dich an die Adresse. Sein der Rezesee. All right, all right. Das sind diese ganzen Nebenquests. Okay, 92 und es steigt wieder nicht. Keine Ahnung, wie das genau mit der Schmiede funktioniert. Kann ich mir das eigentlich angucken irgendwo? Stell dir mal vor, der hätte jetzt den Koffer untersucht und da hätte er jetzt die geilsten Sachen rausgezogen. Das wäre jetzt crazy gewesen. Hätte er den geöffnet und da wäre irgendwie die... Ah, okay. Den kann ich nicht mitnehmen. Also den kann ich nicht einsetzen. Noch nicht zumindestens. Schade. Orte. Personen. Dinge. Steine, Behälter, Fahrzeuge, Schlafsäcke, Schlingen, Rohs, Fleisch, Aktionen, Tagebuch, Sprintenzustand, Fleischgaren, Ducken, Schmiede. So, verwende die Schmiede, um Metallschrott zu schmelzen und verschiedene Gegenstände herzustellen. Schmieden müssen sehr heiß sein, bevor sie verwendet werden können. Richtig. Tipp. Unterschiedliche Brennstoffe haben unterschiedliche Brenntemperaturen. Kohle brennt zum Beispiel am heißesten. Kohle habe ich reingepackt, aber... Ähm... Bringt nix. Bringt leider nichts. All right. Ich soll den Speer solches wieder zurückbringen, ne? So war das doch. Die Kiste ist jetzt nicht so wichtig. Also, zack, zack, zack. Lokomotivmotor. Und da werde ich wahrscheinlich auf den Bär nochmal treffen. Shit, ist das dunkel. Holy shit. Ich sehe gar nichts. Kriege ich mal die Lampe nicht ausgemacht? Kühlschrank. Wenn hier der Kühlschrank ist... Ach shit, ich sehe so nichts. Ich muss die Lampe nehmen. Lampe? Ohne Lampe geht hier gar nichts. So. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. All right. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt.